Hiho, es geht weiter mit Let's Play! Xenoblade Chronicles! Beim letzten Mal haben wir uns durch die Gruff der High-End-Tier gekämpft. Und am Ende vom Video war leider das Videomaterial zu Ende bei euch. Allerdings habt ihr eigentlich nichts verpasst. Ich habe da unten noch meine Sackgasse erkündet und dann sind wir hier, ich glaube hier hat das Video aufgehört, einfach hier hochgegangen. Mehr war es nicht mehr. So, das da oben ist der Weg von wo aus Melia gekommen ist und dann ist sie in diese Richtung gelaufen. Deswegen laufen wir jetzt hinterher, denn wir sind immer noch auf der Suche nach Meli. Wir retten dich, Meli! Wir sind bald bei dir! Meli! Meli! John... Valeria! In der Tomb! Why should you care, when you're about to meet your death? Ja, Melli braucht ganz dringend unsere Hilfe. Ich würde sagen... Ich würde sagen, ich würde sagen, wir nehmen sie mal die Party. Sie hat sehr unglaublich wenig KP. Eigentlich möchte ich sie gerade echt nicht reinnehmen. Ich glaube darüber bei Riki. Ich nehme Schala aber mal rein zum Heilen. Ja, doch, Schala. Dann nehme ich mal rein zum Heilen. Schulk wegen seinem Telefia-Angriffsdingens. Und Riki bei Hiropon. Ich habe gerade Bock auf Hiropon. So, solidum Telefia. Okay, dann schauen wir mal. Ich brauche hier erstmal Gift drauf. Und Eis und Feuer. So. Dann wäre das erstmal erledigt. Und dann... Hey, Bruder, ich habe dich genau gesehen. Tyrea. Ja, komm mal her. Du bekommst jetzt auch gleich die Vollladung ab. Erstmal Eis. Bitte schön. So. Schala ist deprimiert. Das geht nicht. Schala. Schala, wo bist du? Schala. Schala. Da bist du. Hey, aufmuntern. Los. Alles wird gut, Mann. Hierro von Riki ist hier. Heldenzeit, Leute. Heldenzeit. Okay. So. Jetzt bekommst du mir die ganzen Schadensdinger. Und das hier. Und das hier. Und Schulk. Nein. Nein, nein, nein. Schulk. Schulk. Hörst du auf, deprimiert zu sein? Geht doch. Dankeschön. Meine Güte. Was ist denn mit uns los, Leute? Hierro von Riki ist hier. Da kann man doch nicht deprimiert sein. Das geht doch nicht. Schulk. Nein, 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 nein. Aufmuntern. Los. Sei gut drauf. Hier. Heldenzeit. Hierro von Riki. Alles wird gut. Ich glaube, ich greife mir jetzt gleich hier an. Ich habe das Gefühl, der nimmt irgendwie schneller Schaden. Oh, das kommt mir so vor. Jo, Frostschaden für dich. Und Brandschaden für dich. Und bisschen draufhau. Schaden für dich. Jo. Frost. Gift. Alles raus, was geht. Sehr schön. So, können wir noch was klauen? Vielleicht klauen wir ja Ätherkraft. Okay, sehr schön. Dann machen unsere Frosttechniken mehr Schaden. Und das Gift auch. Und das Feuer auch. Eigentlich die ganzen Sachen hier rechts machen, dann mehr Schaden. Ja. Oh, umgehauen. Sehr schön. Okay. Schulk, du wirst dich schon wieder deprimiert. Das geht doch nicht. Los, aufstehen. Los, fröhlich sein. Los, Heldenzeit. Heldenzeit. Okay. Chain Attack Time. Chain Attack Time, Leute. Definitiv. So, ähm. Wir machen eine rote Kette. Schala hat ja jetzt endlich ihre roten Attacken auf. Das heißt, ihre roten Attacken, ihre einzige rote Attack. Hier ist der Kopfschuss. Verlängern. Sehr schön. So, Röcki hat noch mehr Rot. Perfekt. Nochmal verlängern. Jawohl. Schulk hat auch zwei rote. Deswegen habe ich Schala an die letzte Position der Gruppe gemacht, dass fast die Kette verlängert wird. Genau. Sie, eh erst ganz spät rankommt, wenn überhaupt. Dann passt das mit der roten Kette sehr schön. So, gleich ist das Ding hier erledigt. Ja. Wunderbar. Sehr gut. Schulk, steh auf. Na los. Komm schon. Kriegen wir das hin. Das ist nur total rare. Jo. Nimmt sie gerade keinen Schaden? Doch, nimmt sie. Okay. Jo. Gift. Okay. Warum macht Schulk hier nur einen Schaden? Schulk, was tust du? Warum? Ich mache ihm eher Schaden. Komisch. Jetzt macht er wieder Schaden, oder? Ich bin verwirrt. Schulk, du verwirrt mich. Und wir nur eins eben. Ha. Ich weiß gerade gar nicht, warum das ist, ehrlich gesagt. Aber solange ich noch Schaden mache, ist das ja in Ordnung. Ja. Oder? Ja, ich mag Schaden. Definitiv. Definitiv. Hm. Na gut. Heldenzeit, Leute. Woher wieder irgendjemand diskriminiert ist gleich. Oh. Und Chain Attack. Okay. Go, go, go. So. Ja, ich mache Schaden. 1800. Und Schulk? Eins. Warum? Warum, Schulk? Das ist was krass im Monado. Und da machst du keinen Schaden? Hm. Seltsam, seltsam, seltsam. Naja. Ich muss mal gucken, ob ich mir irgendwelche komischen Jubilen gegeben habe vielleicht. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ha. So. Egal. Wir kriegen das auch hin. Wir brauchen Schulk nicht. Wir haben den Legendary Heropon. Von den Nopons. Aha. Er braucht schon einen Monado, wenn man Riki hat, nicht wahr? Ein bisschen Eisschaden noch. Und dann sollte ich eigentlich gleich erledigt sein. Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Was? Almost bought it. Alvis, thank you. My pleasure, Shulk. Why did you come? The Monado gave me a warning, that you were in danger. I'm just glad we made it. Hey, Shulk. Whoever that was, is gone. So... they escaped. Shulk. Everyone. I thank you. You saved me. Ricky, smiley, smiley. Melee, all safe. All thanks to Gyro-Bone. That's not how I remember it, Chief Ball. Ha! 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 And that concludes my report on events in the tomb. Hmm. So, there are forces working in the shadows. However, this is purely circumstantial. Nothing can be proven. Hmm. Inquisitors of the Bionite Order. Dedicated and devoted to the Bionis. The Order was dissolved under the rule of the Emperor Lumion, 47th successor to the throne, due to its extreme practices. Like puppet masters pulling the strings from the shadows. I believe their bloodline was lost to the ages. Her Highness the First Consort is currently residing in the Tower of Investigation. The Ministry of Investigation's judgement should be imminent. Well, that may not be enough. I myself must shine a light on the truth. Agreed. Mother. Melia. Your Majesty. You have returned unharmed from the tomb. The forefathers have spoken. But if it hadn't been for Shulk... Callion has informed me of what happened. There is no reason to doubt your legitimacy to the throne. Believe in yourself, Crown Princess. Brother. Tomorrow will be the Investiture ceremony. At the appointed time, you will become my successor. Be proud. I... I will. Melia, my child. I am overjoyed at how far you have come. You are truly worthy of the throne. Continue the legacy of your High Entia and Homs bloodline. You are the hope of Bionis. Oh, Rikki and friends help save Melie. Rikki very happy. We're all relieved. But something's still bothering me. What is it? Why was Melia chosen as the Crown Princess? Shouldn't Callion have been the one to ascend? And her foe in the tomb clearly opposed that decision. You have a point. Callion is more than a worthy candidate. What reason could they have for choosing Melia? And why would Callion go along with this? It's... It's a mystery. Our apologies. His Majesty the Emperor summons you. Finally! He's gonna let us into Prison Island. Yeah. His Majesty awaits you in the audience chamber. He asks that you join him shortly. He asks that you join him shortly. The future... The future... Where is the place we're going to go? Where are we going to go? It looks nice here, right? Yes, yes, yes. It looks good good... Yes. Wow! Hi. Bitte vergibt mir, dass ich euch zurückhalten muss. Nur Shulk allein darf von hier aus weitergehen. Hey! Och. Ich bin Annelia Antiqua, meine Frau. Es war kein klein Problem. Nicht überhaupt. Ich, auch, muss ich entschuldigen, um mit deinen Verhältnissen zu verletzen. Wir sollten nicht interferieren. Sie ist eine Glückwunsch, zu treffen, zu einem solchen Ungewöhnlichen Menschen. In den Zeiten zu kommen, ein Ruler will need support von Menschen wie du. Ich höre, dass du die Mechon suchen. Ja. Die Mechon verletzte unsere Homes, und wir verletzten viele Lieblingsbeziehungen. Revenz ist dein Ziel? Es ist. Du bist ehrlich. Ich will nicht schrauben unsere realen Intentionen. Unsere Existenz ist auf der Strecke. Es ist auch nicht verletzend. Schulk, du bist der Monado. Aber es ist etwas, was zu sagen. Was ist das? Long bevor unsere Vorfathers gebaut haben, zwei Titanen, die Bionis und die Mechonis, haben eine fischendige Kampf gemacht. Ist das in Homes bekannt? Ja. Es ist gesagt, als Kinder. Die beiden kämpnen und sterben, zu töten, zu töten, in der Prozess. Seine Erachter wurden unsere Welt, zu bringen neue Leben auf Bionis. Das ist wie wir wurden. Die Bionis wird wieder wachsen. Alvis sagte mir das gleiche. Das ist nicht nur die Vision von einem Seer. All of Machna knows. Die Talethia sind wie die Bionis selbst. Und jetzt, sie verletzieren den Aether. Das Verletzieren kann nur eine Sache sein. Aber warum ist das jetzt passiert? Das ist eine Aussprache, von unseren Vorfathers. Es ist geschrieben. Descendant von Antigua, wenn die Aether kreier, die Bionis wachsen. Verletzieren nicht die Zeichen, und schütz die Wälder zurück. Verletzieren die Macht, und schützieren die Welt. und schützieren die Wälder zurück. Ah. All life born on Bionis affects the Aether. The Mechon's assault is just the beginning. And these events were set in motion when you used the sword against them. We used it because we... Because you needed to. Without it you could not survive. I cannot dispute this fact. I believe the inscription speaks of these very events with the Mechon. But if their assault continues, if more lives are lost, soon the Bionis will awake. And not only the Hyentia, but all life will perish. Do you see, Schulk? You're talking about total extinction. Correct. Which is why the Mechon's invasion must be stopped. Then you'll help us. Your Majesty, we need Imperial sanction to enter Prison Island. Will you permit us entry? What will you do there? I saw it in a vision. We will fight a faced Mechon. They must pay for what they did. Then, you will have seen him too. Then, you will have seen him too. On Prison Island, our forefathers sealed something away, just as they did to the Monado. All records have been lost, and there is now no way to know what it was. Is it connected to the awakening of the Bionis? I do not know. But our forefathers must have had good reason. We must trust their decision. Schulk, allow me some time to deliberate. Above all else, I will consider the safety of Bionis. You are our Bionis brethren. We will not ignore your plight. I... understand. This is not our homeland. If you decide not to let us go, I will accept your decision. I am sorry. It's... okay. One more thing. Yes? I ask this not as Emperor Saurian Antiqua, but as a father. I do not demand that you act as Melia's protector. But I would be honored if you would be her friend. This is my humble request. It would be my honor. The Telethia are on the move. Yes. That fleshy fool will go for the Monado. What of the faces? Repairs to metal are complete. And Nemesis? Nemesis is... The Homs with the Monado. He has reached Aerith Sea. Yes. And there is only one place for them to go. Yet he will not dare unleash such power. No matter. Bugs must still be exterminated. It is time to test our new toy. Commence the assault on Bionis. And the people have Roughly. It is time to kill. It is time to kill. And that is time to kill. Yes. Yes. Your brain would kill me. Even if I was able to die from those things to us, You can be killed. And he can be killed. Das ist wahr? Es wird bald passieren. I saw Melia. She was fighting a battle against Emekon, with a strange group of arms. Yes. That sword, could it be the... could it possibly? And that location, was it... The vision is a sign. By your will, it can be changed. Hmm. For now, we must consider all things. Everything. The capital. And the lives of our people depend on it. Wow! Take a look at that! A high-end to your air show! Bird people fly higher than Nopon birds! They've got some neat tricks. Shulk, I think that's Melia up there. By the authority of our divine ancestors, I, Melia Antiqua, am honored to accept the responsibility of becoming your next benevolent ruler. Should I be deemed unworthy of this calling, or fail to protect the ancestors or the Bionis, I promise here, and now, to throw myself on the mercy of you, the people! No! 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 Most majestic, that fragile girl in the forest is a distant memory. But which one is the real Melia? I ask this not as Emperor Sorian Antiqua, but as a father. I do not demand that you act as Melia's protector, but I would be honored if you would be her friend. No, it's not like that. They're one and the same girl. I think. No, it's not like that. Alvis. Oh, it's you. Don't play games. No need to be angry. I only wanted to analyze the boy. Which was the point, no? I did not interfere with your ministerial affairs. In fact, you should be thanking me. I wonder if he feels the same. We have all the information we need. We know that such a Telethia cannot hurt them. You see? Nothing can befall him before he sees his dream fulfilled. You see? No! I never even know! You see? It's not real. No! No! Ich liebe ein warm Willkommen. Lass uns das, Maschine zu Maschine zu machen. So, sie haben eine neue Krone, Prinzess. Three cheers für Melia! Right, aber wir sind noch nicht näher zu dem Mekkon. Once we reach Prison Island, we'll get our chance. I've seen us there. It must be true. Shulk, Mann. Maybe we can still persuade bigwings. Melia's crown princess now. I reckon the Emperor might change his mind. Maybe. Rein, the Emperor's request was clear. Give him time. There's more to this island than we know. Things are at play here that reach beyond our understanding. Dundon, right? Ricky and friends visit Melie now. Hey, the adults are talking, Pops. Ricky want to see Melie. Ricky think Melie's sad too. She might like the distraction. All those stiff ceremonial duties. You decide, Shulk. Ricky say yes! Yeah, Melie besuchen ist doch eine gute Idee. Ich würde allerdings sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Also dann, ciao, ciao. Juni Juni